Was zieht die Thorns? Nein, 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 nein. Verdammt. Das ist eine Sackgasse. Nein, nein, nein. Da gehen wir nicht lang. Ey, ich bin wirklich planlos. Ich glaube, ich glaube, ich bin auch zurückgegangen, oder? Aber hier steht die Wand noch. Ist das die Leasband, oder? Ich bin heute mega lost. Ich ziehe den Plan. Ich bin heute Morgen. Ich bin heute Morgen. Was treibst du? Hier neben dem Pfeiler eine Brücke bauen. Wo ist das Problem? Das glaubst du nicht. Fest zum. Spiel. Du wirst mich verarschen. Nie im Leben kommen wir da rüber. Ach so. Wir können jetzt mit der so machen was. Ich muss etwas stärkeres Okay, das können wir nicht aufmachen. Verstehe. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Ah ja. Hier geht's dann. Ja. Sieh mir nicht. Bunker in der Kippen. Die Endurans. Sie schlagen sie aus. Hier können wir hier was nehmen. Hier können wir wahrscheinlich nicht. 559 können wir noch nichts machen. Wir können vielleicht mal eben Outfit wechseln. Okay. Sieht jetzt ein Tachter aus. Nicht so zerruft. Ähm. Nein! Das war ein tiefer Fall. Hm. Was machst du denn, Mädel? Hier festbinden. Ich habe schnell die Vampikern rausgeholt. Ich habe den Sprung riske ich nicht. Ich habe mal einen alten Nazi-Bunker. Ich habe mal einen alten Nazi-Bunker. Und was haben wir hier? Das erinnert mich hier ziemlich an die D-Day-Szenen. Das bekannten Filmen. Ach du Scheiße. Ich habe keine Munition. Satz mit Dix. Das war wohl Dix. Ich denke mal, hier kriegen wir noch bessere. Wir können unsere Dinge irgendwann verbessern. Das wird gereichen. Gut zur Zukunft gelten. Bumpgun. Wie viele Generatoren sind das? Mit Y war das, wie wir den Wind ausschalten können. Hilfe schnell! Na toll. Ich sehe nicht, wer mich hier anklärt. Ich sehe nicht, dass wir da durchkommen. Sneaky. Ich renne da durch. Ölze, Schwede. Den habe ich nicht gesehen. Wenn wir einen Pfeil und Bogen hätten. Äh, wenn wir Pfeile hätten. Wenn Bogen. Das wäre was, aber... Das müsste reichen. Gut, versuch's jetzt. Ich brauch Hilfe! Okay, das erste Ziel wäre vielleicht, ihn auszuschalten. Oh, hier ist der große Pfeiler. Pfeiler, 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 Pfeiler. Pfeiler, Pfeiler. Sie hat bis zum Schluss gekämpft. Mit einem Pfeil kommen wir nicht weit. Das müsste reichen. Gut, versuch's jetzt. Das ist Zeitverschwendung. Wie viele Gäste wollen? Hilfe! Na! Ihr müsst aber etwas unbekannt ausschalten. Alter! Alter! Wie hier gebombt wird. Alter, 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 Alter! Sieh hier nicht mal was! Ja, das ist er. Alter! Es gibt mir Wolfenstein Youngblood, Frieden. Das müsste reichen. Gut, versuch's jetzt. Das ist Zeitverschwendung. Wie viele Generatoren sind das? Und dafür brauchen Sie die? Das spielt keine Rolle. Die erteilen Gefehle, wir bezahlen. Ohne Fähle. Aber wir haben letzte Woche schon alle Fragbaren aufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadionflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Das ist so ein Fehler. Ich glaube, die besten Chancen haben, wenn wir uns durchgleichen. Wo müssen die überhaupt hin? Oh. Ein Checkpoint. Und was geht da oben im Palast wohl vor? Der Kanzler aufhören, wenn wir in der Raum schreien. Jetzt ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Und was ist mit dem Glück? Die ganze Nacht nur rauschen. Etwas geht dazu. Bruder, du sollst ruhig sein. Halt den Mund. Was dann? Moment, Erklemm. Scheiße. Und jetzt? Dieser Job. Scheiße. Bruder, bitte. Ich bin nicht dein Geist. 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 Quatsch, das was. Wir brauchen diese ganze nutlose Scheiße. Halt den Arsch auf. Und wofür? Vater, Messiah. Die Schaison tötigen. Wie lange müssen wir... Was ist da uns los? Jetzt hab ich gesehen worden. Alles fest. Die Schwing solved mal wieder. Halt den Vicer. Ich ziehe hier zu einem Dent-Rave. Ich gehe in Deckung! Verdammt! Heilige Scheiße! Sechste Pfeil, dann soll ich durch die Menge kommen. Als ob! Warum? Wie? Wie wurden wir entdeckt? Verrat mir das einer. Ich habe nur ungesehen den einen ausgeschaltet. Als ob das sechste Pfeiler sind. Und sieben. Dann wüssten wir bescheiden. Und was? Mist! Hier rüber! Wie? Wie? Wie zum Denker? Oh, die Scheiße. Schlimmer als Wolfenstein. Schlimmer als Wolfenstein im langen Platz. Wolfenstein im langen Platz waren, weil wir wenigstens noch so OP, dass wir wirklich durchrennen konnten. Wenn wir kein Problem, dann wüssten wir Bescheid. Und was ist denn Funk? Die ganze Luft nur raus. Etwas geht aus. Bruder, du sollst ruhig sein. Halt den Mund! Moment, verklemmt! Oh Gott! Hilfe! Hilfe! Es hat uns entstarnt. Wir können Sicherheit gehen. Na, Sicherheit ist hier keiner. Wir haben... Wir haben... Äh... Ich schneide es nicht. Nur los ist es. Auf, das ist also... Dann wüssten wir Bescheid. Und was ist denn... Die ganze Nacht nur rauschen? Etwas wieder zu schlafen. das sind drei die darf nicht ausschalten so Ich komme doch irgendwie sneaky durch. Hier können wir nicht durch die 2 und bohren. Pfeiler. Wie viele sind denn das? Motherfucker. Nicht nur überzeugen oder? Ich muss doch irgendwie den Weg nach oben geben. Scheiße, man. Wenig mehr sterben. Dreck! Wie kommt man durch diese verdammte heile Ruhe durch? Der erste Anfang werden wir mal verstecken. Guter Checkpoint. Danke für diesen Checkpoint, wo ich sofort enttarnt bin. Das liegt hier gar nicht mehr unmöglich. Ich muss mich auch mal bewegen. So gehen wir dann auch noch aus. Mein Looten ist jetzt nicht wirklich drin. Scheiße, Mann. Das ist ein Schütz. Na, komm. Oh tschüss offen, herzlichen dank Ah, schweiße Uuuh, bitte checkpoint, bitte checkpoint, bitte checkpoint, bitte checkpoint, bitte checkpoint Ah, fix Ayy Nachnamen ist auch hier tödlich Ayy Messer WTF 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 Bifi Erkackt der Würfenjang-würfen-statt-würfenjang-würfenjang-würfenjang-würfenjang-würfenjang Hüpf hüpf Oh, wieder hier. Nice. Ich liebe es. Ich muss dort einen Ausgang geben Ich glaube nicht, dass das ein Ausgang ist. Das ist der Koffer aus Hitman. Das Wasser rollt einfach unten die Ecke. Alter. Ich hab keine Munni mehr. Ich hab keine Munni mehr. Ich hab keine Munni vor meine Schnauze. Eine Munni gab es ja auch noch nie. Ich bin dabei. Scheint hier halbwegs Ruhe zu sein. Da drüben. Schießt ihr jetzt? Stopp! Was ist das hier? Ja oben. Da oben ist der Und. Was ist das? Keine Deckung. Oh Scheiße! Ich habe es schon erwartet, aber... Ich habe doch Farbe gerascht. Wieso lebt er noch? Holy Crap. Was ist denn das für ein Arena-Fight? Sorry, wenn ich jetzt gerade irgendwas... Was hier... Wie ich das kenne, genau in dem Moment, schreibt jemand in Chat. Die ganze Zeit inaktiv haben wir jetzt. Okay, kommen wir jetzt da hoch. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Oh, ein schöner Sonnenuntergang. Ich muss gerade irgendwie gar nicht... Was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? Darüber am besten mal. Es ist noch ein ziemlich weiter Weg. Aber aus der Arena sind wir erstmal raus. Kurz vor Schnaufpause. Jetzt hier runter krachen und sterben. Ich hoffe mal nicht, dass das hier... Okay, so hoch war das nicht. Okay. Das Ding ist noch zu schwach. Vielleicht müssen wir das einmal versterben. Gefluchtene Sehne. Den Schaden erhöht das aber. Das bringt hier gar nichts. In der Lage. Okay, gleich da. Okay, gleich da. So, und jetzt hops. Auf das Wrack. Auf das Wrack. Ach, Scheiße. Das sind Leute. Als ob das keiner gehört hat. Ich sehe hier mindestens drei Leute. Und der Große. Was macht der hier? Ich bin ein bisschen überfordert hier. Ich bin ein bisschen überfordert hier. Schönen Kopfschuss. Wäre nicht schlecht. Okay. Wie wäre es mit der Bombe? Ich bin ein bisschen überfordert hier. Gewährende Ausrücken müssen wir schießen. Und ausweichen. Oder von der Seite. Du musst doch kaum noch was sehen. Das war's für immer. Na komm Ich hätte noch einen halben Kopf Wieso lädt der noch? F So Ach du Scheiße Nein Na komm Was? Wie? Ich habe F geduld Die Munition gleich alle Nein 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 Let's rank your pistol Nein 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 Kein Bogen F FF. Wie denn? Wie schafft der das denn jetzt? Du hättest nicht mal die Möglichkeit. Ja, komm. Ach, das sind immer diese Quick-Time Events, die genau auf den Punkt abgezogen sind, wo wir warten müssen. Als ob ich hier warte. Und jetzt. Ach, eine Millisekunde zu früh. Ich liebe es. Nein, natürlich nicht. Und jetzt. Ah, Sonne. What the hell? Steigklemmantrieb. Ah, das ist die Waffe, die wir brauchen. Ah bien, das ist die Waffe. Ah, das ist die Waffe. Ah, das ist die Waffe. Ah, das ist die Waffe, wie es das ist.